Moin Moin Freunde, Timo hier von metatradertools.net. Heute mit einem Quick-Tipp und zwar wie werde ich die Trading-Pfeile im Metatrader los. Wie man sieht wurden hier jede Menge Trades eröffnet und ich habe hier so Pfeile im Chart, das heißt das sind die Pfeile, wann eine Position eröffnet und wann eine Position geschlossen worden ist. Dadurch gibt es hier jede Menge Pfeile, weil ich jede Menge Trades gemacht habe und das ist ein bisschen nervig, ein bisschen unübersichtlich, weil ich im Prinzip nicht mehr genau die Kerzen sehen kann, sondern der ganze Chart mit Pfeilen vollgeballert ist. Vor allem nervig ist das, wenn man in höheren Zeiteinheiten schaut und zwar sieht man da die Kerzen gar nicht mehr, man sieht nur Pfeile, Pfeile, Pfeile und man sieht gar nicht mehr, war das jetzt eine rote oder eine grüne Kerze. Von daher, mich stört das und hier der Quick-Tipp, wie ich die Pfeile wieder ausschalten kann. Hierzu gehe ich in dem Metatrader auf Extras, Optionen und dann in den Reiter Handel. Dort gibt es die Option Echtzeithistorie von Orders auf dem Chart anzeigen. Diese Option mache ich aus und ab sofort werden mir keine Trading Pfeile mehr im Chart angezeigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal und ich sage mal bis demnächst.